Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Wir befinden uns in Folge 7. Wir haben wieder den Ben dabei und ja, was gibt's Neues? Einmal steht ja die Quest 2 Auslieferung kurz bevor, also es kann schon gut sein, dass diese Woche ein paar Leute beliefert werden. Dann haben wir das Quest Soundkit von Modicap, das stelle ich euch noch mal vor. Dann haben wir eine virtuelle Tastatur, die von Facebook entwickelt wird. Da gehen wir mal kurz auf die News ein. Dann haben wir das virtuelle Laufband VirtuX Omni One und dann haben wir eine kleine PSVR PS5 News und das wär's eigentlich mit der Hardware News und dann kommen wir schon zu den Software Sachen und da sind wir dann bei Micro Monsters. Da hab ich mal reingeschaut und das gehen wir nochmal ganz kurz durch, weil es echt interessant ist und ist auch kostenlos. Und ja, dann gibt's bald ein Blair Witch VR Game und ich bin echt gespannt darauf. Ich liebe ja Horror Games oder ist eine Hassliebe und Horror VR Games, wie man ja in Phasmophobia gesehen hat, ja, hab ich da sehr, sehr, sehr viel Angst und in diversen anderen Sachen natürlich auch. Und Phasmophobia macht mir momentan noch am meisten Spaß und der Angstfaktor ist natürlich auch sehr hoch. Und ich denke mal, Blair Witch VR wird da nicht anders sein. Ja, das wär's erstmal mit der Zusammenfassung hier und gehen wir zur ersten News. Gut, da sind wir beim Quest 2 Thema und bevor ich jetzt hier loslege, möchte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die mich jetzt finanziell unterstützt haben. Das wär einmal der Poldi mit 90 Euro, dann der VR Mines mit 10, die Abraxa mit 10, dann war's der ADEM von RockAK Games mit 10 und zuletzt noch der Lost in VR mit 10 Euro. Vielen, vielen Dank Leute, das bedeutet mir echt mega viel und ja, hilft mir auch, weil ich kann mir nicht alles kaufen, ich kann mir nicht alle Spiele kaufen, ich kann mir nicht die ganze Hardware kaufen, wird momentan einfach zu viel und ja, durch eure finanzielle Unterstützung kann ich mir das dann doch irgendwie leisten und ja, die Anforderungen für uns VR-YouTuber von den Entwicklern und egal ob Spiele oder Hardware wird immer höher. Ich bekomme jetzt immer mehr E-Mails, Absagen, dass die Kanäle mehr als 10.000 oder 100.000 Abonnenten haben sollen, damit man überhaupt einen Key bekommt oder Hardware und so weiter und ja, wird immer schwieriger, den Kanal dann mit dem Kanal nicht bankrott zu gehen, sag ich mal, Insolvenz anzumelden. Von daher bin ich da echt mega froh, dass ihr mich so toll unterstützt. Auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die geliked haben, die immer wieder Kommentare schreiben. Auch Kommentare sind mega wichtig für einen Kanal, weil ohne Kommentare ist ein Kanal tot und somit auch für YouTube uninteressant, also da spielen so viele Faktoren mit rein und ja, dafür nochmal Dankeschön Leute, dass ihr mich so toll unterstützt. So, kommen wir aber zur Quest 2-Info, sag ich mal und ja, in der letzten Zeit hat man ja nur noch Quest 2, Quest 2, Quest 2 gehört und ja, auch auf meinem Kanal, da ging ja gar kein Weg dran vorbei. Egal ob neue Spiele, die Hardware, die da verbaut ist, Datenschutzwirrwarr und ja, zum letzteren Datenschutzwirrwarr hat der Zitronenarzt Dead Dog am Wochenende einen Stream gemacht und hat mit dem Patrick von der Zockstube da einen tollen Stream hingelegt und die haben versucht, das Ganze ja ein bisschen aufzubröseln, den Datenschutzwirrwarr so ein bisschen zu entknoten, dass es ja vielleicht ein bisschen einfacher für euch ist zu verstehen und ja, das Video werde ich unten auch mal in die Beschreibung posten. Könnt ihr euch dann gerne mal anschauen, wenn ihr euch da unsicher seid. Und wenn ihr noch keine Quest 2 bestellt habt, ihr könnt die immer noch über Amazon Frankreich bestellen. Links dazu werde ich auch in die Beschreibung packen. Das sind Affiliate Links und damit unterstützt ihr mich auch mal wieder und meinen Kanal und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen, keine Angst. Die Prozente gehen von Amazon an mich über und ja, ihr zahlt keinen Cent mehr. Das wäre echt nice, wenn ihr das auch machen würdet. Würde ich mich freuen. So, ja, aber die Quest 2 befindet sich jetzt in Auslieferungszustand, das heißt, mit viel Glück können schon ein paar Leute, die diese Woche in den Händen halten und ja, wenn ich die in ihren Händen halte, werde ich definitiv ein Unboxing machen vielleicht ein Livestream davon und ja, dann auch natürlich auch Gameplay und ja, meine Einrücke davon schildern, wie ich das Ding finde und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja eigentlich schon alles mitgeteilt von dieser Brille in meinen ganzen News-Sendungen, falls ihr die News hier verfolgt. Und ja, unten gibt es auch eine Playlist von den News-Sendungen, falls ihr da irgendwas verpasst habt, könnt ihr da gerne auch nochmal nachschauen. Ja, da aber auch mal wieder bei der Quest 2 kein ordentlicher Sound dabei ist, das kennen wir ja noch von der Quest 1 und die haben wieder hier nur kleine Lautsprecherchen eingebaut. Ich glaube, das sind die Lautsprecher, die uns mit tollem Sound erfüllen sollen. Ja, wie wir bei der Quest 1 schon gehört haben, ist das absoluter Müll. Und ja, da gibt es was Tolles jetzt wieder von Modicap. Der Bernd Kaltenbach wird da für die Quest 2 auch was entwickeln, sage ich mal. Und wer das Video nicht gesehen hat, ich war bei Modicap zu Besuch und habe mit dem Bernd Kaltenbach auch ein Interview geführt. Werde ich auch mal in die Infobox packen und in die Beschreibung auch packen. Könnt ihr euch dann gerne anschauen. Ich habe da auch den Modicap VR-Point Schwarzwald mal ein bisschen getestet, was man da so machen kann. Und da gibt es dann auch ein bisschen was zu sehen. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal zu der Seite von Modicap und schauen uns das Soundcat mal an. So, hier sind wir bei der Modicap-Seite, wo wir das Soundcat bestellen können. Und ja, hier wird als erstes nochmal die Cleanbox angezeigt. Zur Cleanbox habe ich in dem Modicap-Video was gesagt. Der Bernd erzählt da was zu. Und schaut euch das Modicap-Video an, falls ihr das verpasst habt. Ist echt genial. Sollte man, wenn man in Schwarzwald ist, sowieso auf jeden Fall besuchen, den VR-Point Schwarzwald. Und ja, aber wenn ihr das Soundcat für die Quest 2 bestellen wollt, geht hier oben einfach auf Shop. Und ja, dann haben wir einmal hier zwei Auswahlmöglichkeiten für die Quest 2. Einmal das komplette Soundcat für 139 Euro. Und einmal den Soundcat-Holder für die Quest 2, 59 Euro. Und Vorsicht, das sind Einführungspreise. Und wir gehen jetzt einmal auf das Komplett-Set. Das ist mit Soundcat-Holder, mit den Sennheiser-Kopfhörern. Und alleine die Sennheiser-Kopfhörer kosten ja, glaube ich, im Handel 120 Euro, so roundabout. Und ja, hier werdet ihr dann mit 139 Euro meiner Meinung nach ganz gut bedient. Und ja, das ist ein Einführungspreis. Der wird später teurer werden. Also, wenn ihr euch eine Quest 2 bestellt und ihr seid mit dem Sound nicht zufrieden, fackelt nicht lange und bestellt euch das. Also, das ist definitiv das Geld wert. Das sind die Sennheiser HD 25 II. Und ja, die sind echt mega. Die bieten kristallklaren Sound. Und ich bin mega zufrieden mit dem Teil. Und ihr bekommt ja alles in dem Umbausatz dazu. Inklusive Halterung, Schrauben, Kabel, Kopfhörer und so weiter. Natürlich nicht die Quest 2, wie hier steht. Und ja, Auslieferung wäre dann Ende Oktober. Und wer bis zum 20.10. bestellt, bekommt auch noch einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf im Modicap-Shop oder im KB-Tec-Shop. So, wenn ihr aber schon mit der Rift S oder der Quest 1 ein Soundkit habt, Also, ihr habt hier für die alten Brillen ein komplettes Soundkit bestellt. Dann könnt ihr euch das auch umbauen. Und dann kommt hier der Soundkit-Holder für euch in Frage. Und der geht dann mit 59 Euro raus. Und hier steht jetzt nicht Einführungspreis. Also kann sein, dass der dann auch so bleibt. Das weiß ich jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber damit kommt der dann natürlich um einiges billiger weg. Wenn ihr die Quest 1 dann nicht mehr haben wollt, warum auch? Wenn ihr die Quest 2 bestellt habt, dann könnt ihr es davon entfernen. Oder von der Rift S natürlich auch. Und ja, auch hier bekommt ihr wieder einen 10-Euro-Gutschein dazu. Und ja, ich habe ja einige Videos zu den Soundgits gemacht. Und ich finde die Teile einfach mega. Und ich bin auch zufrieden mit dem Valve Index Sound, keine Frage. Aber mit dem Rift S-Sound und dem Quest Sound bin ich absolut nicht einverstanden. Das ist eine Frechheit, was Oculus da gemacht hat. Klar, die haben natürlich Geld gespart. Aber im Endeffekt müssen die Leute, die ja guten Sound haben wollen. Und das gehört zur VR wie ein gutes Bild dazu. Also es nützt mir nichts, wenn ich ein kristallklares Bild habe und habe aber Sound wie, ja weiß ich nicht, total abgehakt. Die Bässe klingen nicht und ja, einfach quäkig bringt nichts. Man muss wirklich drin sein. Und da gehört auch der Sound dazu. Und das hat man mit dem KB-Tec oder Modicap Soundkit hat man das definitiv. Und ja, also ich bin zufrieden damit und würde jederzeit das Teil auch wieder für andere Brillen benutzen, die keinen guten Sound bieten. Das ist, für mich steht das außer Frage. So, kommen wir aber zum nächsten Thema. Und das wäre die virtuelle Tastatur. Oculus oder Facebook arbeitet an einer unsichtbaren Tastatur für jeden Tisch. Und wie wir hier schon auf dem Bild sehen, hier hat der Kollege einen Handschuh an mit mehreren Sensoren. Und die werden natürlich dann auch getrackt. Und da gibt es auch gleich ein kleines Video zu. Und er tippt einfach auf den Tisch. Und das wird dann getrackt und umgesetzt. Und ja, ich stelle es mir momentan ziemlich schwierig vor, auf einer nicht vorhandenen Tastatur virtuell zu tippen. Wird natürlich mit ein bisschen Training einfacher werden. Aber momentan stelle ich mir das irgendwie schwierig vor. Ich bin jetzt schon immer mit der Oculus-Tastatur im Home irgendwie zu Gange. Und das ist schon schwer genug. Und wenn ich das dann im kleinen Raum noch sehe und einfach nur auf dem Tisch tippe, wird schwierig. Aber ist natürlich cool, dass daran geforscht wird. Und wenn das auch super funktioniert, warum nicht? Und ja, genau. Hier sehen wir das kleine Video. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Machen wir auch den Sound nicht an. Und ja, hier sehen wir, wie er da tippt. Und es sieht eigentlich ganz okay aus. Also, er hat natürlich ein paar Tippfehler drin, wie man so sieht, ab und zu mal. Aber ansonsten klappt das schon ganz gut. Und mit dem Quest 2, als die Quest 2 vorgestellt wurde, wurde uns ja auch mehrere Tastaturen, glaube ich, vorgestellt. Ich glaube, Facebook und Oculus arbeiten da mit, was, Logitech? Zusammen, da wird es irgendwie Tastaturen geben, die auch wirklich von der Oculus Quest 2 dann erkannt werden. Und die hat man dann wirklich vor sich und kann darauf tippen. Und die wird dann auch virtuell sichtbar im VR-Headset, genau an der Stelle, wo wir auch dann die Tastatur liegen haben. Ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man die wirklich dann vor sich hat. Aber wenn das hier funktioniert mit der virtuellen Tastatur, die gar nicht vorhanden ist, ist natürlich auch cool. Und ja, momentan braucht man noch diese Sensorik an den Händen, diese Handschuhe mit den ganzen Sensoren dran. Später soll das Ganze dann auch ohne Handschuhe funktionieren, dass ich mit meinen nackten Händen sozusagen dann tippen kann. Und dass ohne Probleme alles getrackt wird. Und da, ja, so schreibt Mixed, heißt das Zauberwort KI-Training. Und ja, das heißt sozusagen, wir lernen eine KI an. Mehrere Leute werden wahrscheinlich dann, ich weiß nicht wie lange, wie oft, auf dieser virtuellen Tastatur hin und her tippen. Und die Gewohnheiten von den ganzen Leuten werden dann, ja, mit der KI angelernt. Und so kann die dann später auch irgendwie viel besser unterscheiden, wo man wie was getippt hat. Und ja, ich bin da echt gespannt, wie es da weitergeht. Sowas ist echt wichtig, besonders wenn man mit der Quest 2 auch Business-Kunden erreichen möchte. Besonders in der ganzen Corona-Zeit wird meiner Meinung nach VR immer wichtiger. und kann ein fester Bestandteil im Business-Bereich auch werden. Aber dazu müsste auch ein bisschen mit dem Datenschutz besser umgegangen werden, würde ich sagen. Und ja, das wird nicht ganz so einfach. Das Geräusch, was ihr da hört, ist mein Kater Ben. Und ja, der nervt mich gerade so ein bisschen. Aber ja, der verschwindet gerade hinterm Greenscreen. Ja, das war es eigentlich zu dem Thema virtuelle Tastatur. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, weil ich es auch interessant fand. Und jetzt kommen wir zur kleinen PSVR-News. So, da sind wir beim PlayStation 5-Thema, PSVR-Thema. Und ja, alle hoffen natürlich, dass es relativ bald eine PSVR-2 gibt, die komplett unterstützt wird von der PlayStation 5. Aber meiner Meinung nach gibt das erstmal nichts. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Und ja, jetzt ist aber rausgekommen, die PS5-Kamera, die neue HD-Kamera, unterstützt nicht PSVR, also das alte System. Ihr braucht weiterhin eure alte PS4-Kamera und könnt die dann anschließen an die PS5, aber auch nur mittels einem mitgelieferten kostenlosen Adapter, der dann dabei liegt. Und die wirklichen Gründe weiß ich nicht, warum, wieso, weshalb jetzt da die neue Kamera nicht kompatibel ist zu PSVR. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die sich jetzt gesagt haben, okay, wir entwickeln hoffentlich ein PSVR-2-System. Das ganze System wird dann aber auf Inside-Out-Tracking basieren und nicht mehr auf dem, ja, ich weiß nicht, heißt es Outside-In. Auf jeden Fall das Kamerasystem, was uns dann trackt, sondern sind das Quest 1 und 2 und Rift-S-System, Inside-Out-Tracking. Und das alles von der Brille ausgetrackt wird. Und ja, das ist das Einzige, was momentan meiner Meinung nach Sinn ergibt, dass die das so machen und so entschieden haben, dass die neue Kamera auch dann mit der PSVR nichts mehr anfangen kann. Was ich jetzt nicht so toll finde, ist, dass dann wahrscheinlich das neue Gamepad auch nicht unterstützt wird, dass ihr dann auch das alte Gamepad braucht. Kann man aber nur mutmaßen. Dafür muss erstmal alles erschienen sein und das muss dann jemand getestet haben. Von daher, ja, muss man jetzt mal abwarten, was es da sonst noch gibt. Ich habe aber heute irgendwo gelesen, auf einer englischen Seite, dass auch schon ein Spiel nicht unterstützt wird von der neuen PlayStation 5. Ich habe es aber eben nicht mehr gefunden. Ich habe es heute kurz auf dem Handy gehabt, habe es nicht mehr gefunden. Wenn ich es noch finde, werde ich definitiv in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch das auch noch mal kurz durchlesen. Ich bin gespannt, was Sony da macht. Ich finde die Transparenz jetzt nicht gut, wie die das Thema VR jetzt behandeln. Bisschen stiefmütterlich das Ganze, weil eigentlich hat sich das Ganze gut verkauft. Die Kundschaft ist da. Es gibt super viele Leute, die PSVR super gerne zocken und da sich auch gerne mehr erhoffen. Und ja, aus welchen Gründen da Sony das Ganze so stiefmütterlich behandelt, kann man auch noch Rätsel raten. Gut ist auf jeden Fall, dass da Leute dransetzen, dass die neue PlayStation 5 das auch unterstützt. Aber wir wissen immer noch nicht, wird es auch ein Upgrade geben, ein Grafik-Upgrade für, sag ich mal, die alten VR-Spiele. Wie es jetzt die Quest 2 macht, es gibt da schon einige Entwickler, die gesagt haben, okay, wir werden unsere Gespiele upgraden für die Quest 2. Und ja, ich hoffe, das wird dann auch bei der PlayStation 5 so sein, dass die Leute dann wirklich auch, ja, eventuell, wenn man eine 4er hat, sagt, okay, wenn ich dann wirklich die Spiele in besserer Grafik erleben kann, mit der PSVR, lohnt sich das Upgrade wenigstens für mich. Und ja, so haben die auch einen Kaufgrund für die PS5. Und das wäre natürlich cool. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Hardware-Thema. Und das wäre das virtuelle Laufband. So, Leute, die Oasis kommt immer näher und bald leben wir in der VR-Welt. Und ja, dazu fehlen uns ja noch immer Laufbänder. Und die erscheinen jetzt 2021 für den, ja, Heimgebrauch, sag ich mal. Vertex Omni One erscheint 2021. Und ja, wie wir hier sehen, derjenige, der es hier testet, der hat eine Weste an. Und diese Weste ist hier mit verbunden. Also man schlüpft da sozusagen rein, ist dann nach hinten ein bisschen, ja, hat eine Verbindung nach hinten, sag ich mal. Und ja, man soll sogar springen können ohne Probleme. Man soll knien können. Und ja, man hat spezielle Laufschuhe an, die gleiten und werden dann hier auf dieser Oberfläche getrackt. Ich habe sowas leider noch nie getestet, auch in keiner VR-Arkadehalle oder so. Ich würde es gerne mal testen, wie sich das Ganze anfühlt und so weiter. Aber ja, auch wer es schon mal in den VR-Arkadehallen getestet hat, das sind ja riesige Teile und da hat auch keiner Platz für. Zum Zweiten waren die mega teuer, sodass sich das echt kaum jemand leisten kann. Und jetzt kommen da zwei verschiedene Versionen an den Start. Und die sind preislich natürlich immer noch nicht ganz günstig. auch nur für eine spezielle Gruppe, sag ich mal, von VR-Freunden wird sich das natürlich nach Hause holen. Aber ja, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und dann gehen wir mal kurz zu den Versionen. Genau, es gibt hier eine ärmellöse Weste und die ist an einem beweglichen Arm befestigt. Da schauen wir uns aber gleich noch mal ein Video zu an. Und ja, dieses Sicherheitssystem erlaubt mehr Bewegungsfreiheit. Also gut ist natürlich, wenn man wirklich hinten einen Halt hat und auch nicht nach hinten kippen kann oder zur Seite oder so. Das ist natürlich auch mega wichtig. Und da wird es zwei verschiedene Versionen geben. Eine kostet 2000 US-Dollar, 1995. Und beinhaltet eine VR-Brille, die Pico Neo 2, weil man die auch auf dem Bild gesehen hat. Und dann noch mal ein DevKit für alle Leute, die schon ein VR-System haben. Die kostet 995 US-Dollar, also 1000 Dollar. Und es sollen zum Marktstart auch 30 Spiele verfügbar sein. die komplett dieses Workshel in Omni-One unterstützen. So, hier haben wir das Video. Und würde ich mich gerne mal mit euch anschauen. Müssen wir uns auch jetzt nicht unbedingt mit Sound anschauen. Sondern einfach mal, wie bewegt der Typ sich? Und hier sehen wir diesen Arm, diesen Beweglichen. Die Weste, die man sich anzieht. Ja, da zieht er die Pico Neo an. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das real anfühlt, weil man immer ein bisschen so eine kleine Steigung entlangläuft. Gut, 63 Grad. Tracking ist natürlich cool. Also man kann sich komplett im Kreis bewegen. Hat somit nicht mehr die Probleme, wie ich immer, dass ich gegen die Wand haue. Also wenn ihr das Virtuex Omni-One sieht, ich würde es gerne testen. Da hat man auch diese Halterung gesehen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Oder? Nein, da sind wir jetzt wieder ein bisschen zurück, oder? Ganz kurz diese eine Bildeinstellung nochmal sehen. Na, auch nicht so gut. Ah, da, okay. Ja, hier sieht man, wie die Weste verbunden ist mit diesem Halterungsarm, der auch frei beweglich ist, nach oben und unten. Und ich glaube, der geht ja auch nochmal in der Gesamten einmal hin und her. Und dann kann der auch nochmal einmal komplett im Kreis. Sieht echt cool aus, muss ich sagen. Aber ist natürlich auch nicht gerade günstig. Also 1000 Dollar. Und Problem ist, das muss man natürlich getestet haben, bevor man sagt, okay, ich kaufe mir mal kurz was für 1000 Dollar. von daher weiß ich nicht, wie da die Rückgaberechte sind. Das müsste man dann nochmal genau explizit auf der Homepage sich nochmal anschauen. Aber, ja, das Ganze hat noch einen Durchmesser von 1,2 Metern und soll auch irgendwie zusammengelegt, zusammengeklappt werden und kann dann verstaut werden. Müsste man sich dann auch nochmal ansehen, wenn es da, ja, nähere Infos gibt oder Videos zu gibt, wie man das Ganze dann zusammenbauen kann. Weil es ist natürlich auch ein riesen wichtiger Aspekt für zu Hause, dass man das nicht immer im Raum stehen hat. Dass man das einfach mal irgendwie zusammenlegen kann und einfach nur an die Wand oder in die Ecke schieben kann. Das wäre natürlich mega, mega wichtig. Ja, Leute, das war es erstmal mit der Hardware und, ja, kommen wir jetzt zum Software-Bereich, zum Gaming-Bereich und, ja, gehen wir uns erstmal Micro Monsters angucken. So, Micro Monsters und, ja, das ist eine Dokumentation ins Tierreich und zeigt eigentlich kleine Insekten, die aber in VR sehr, sehr groß sind und ich fand es echt schon cool. Ich habe es eben mal mit der Quest 1 getestet und es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da so eine riesige Falltür-Spinne sieht und die da immer wieder aus ihrer Höhle da raus schnappt oder aus ihrer Falltüre raus und, ja, Sound war ganz cool. Bild ist echt gut, auch mit der Quest 1. Quest 2 kriegt nochmal ein besser aufgelöstes Bild und 8K-Material und es handelt sich um ein 180-Grad-Video und, ja, das sieht man immer, dass man nur so eine Halbkugel sieht und nach hinten ist halt alles schwarz, aber es ist trotzdem echt mega gut gemacht, meiner Meinung nach und wer sich für sowas interessiert, für Tierfilme und Insekten, sollte sich definitiv das anschauen. Da gibt es mehrere Teile von. Die gehen immer so, ja, 5, 6 Minuten, glaube ich und da wird dann halt zu jedem Insekt was erklärt und man sieht das echt so groß und so nah, als ob man irgendwie so wäre und die Spinnen sind wahrscheinlich so groß wie ein Haus. Okay, hier steht es auch nochmal. Man wird in einen furchterregenden Mikrokosmos eingezogen, wo Skorpione zuweilen so groß wie PKWs erscheinen. Ja, okay, das passt eher. Die Spinne war echt so groß wie ein PKW oder ja, ein kleines Haus. Und ja, hier steht es auch, die Qualität war echt mega. Man sieht echt die Haare von der Spinne und echt mega. Obwohl ich das auch nicht mit der 8K-Auflösung, mit der Quest geguckt habe, aber war echt toll. Ihr braucht einfach nur die, im Oculus Store, die Oculus TV-App und könnt euch dann diese Videos umsonst, öffnet die App einfach und könnt euch diese Videos dann umsonst anschauen. Ist echt sehenswert, meiner Meinung nach. Und es nützt auch nichts, wenn ich euch das jetzt in VR zeige oder in VR-Aufnahme mache, weil das müsst ihr echt selber erleben. Und schaut euch das Ganze an. Lohnt sich definitiv und für umsonst kann man eh nichts falsch machen. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das wäre Blair Witch VR. Alle Horrorfenster draußen werden jetzt Freudensprünge machen, denn Blair Witch erscheint in VR und kommt jetzt erst mal am 29. Oktober für die Oculus Quest 2 raus und ich glaube auch für die Quest 1. Und ja, wie der Redakteur von Mix.de habe ich damals auch gejammert, warum, wieso, weshalb das nicht für VR erscheint. Das sah so genial aus auf Flat. Ich habe es selber nicht gespielt, ich habe es nur mal geguckt und ja, wollte es nicht spielen, weil das einfach eigentlich perfekt war für VR. und ja, jetzt können wir uns echt freuen, denn es kommt eine VR-Portierung, aber es soll keine lieblose VR-Portierung werden, sondern wirklich angepasst an VR. Es soll eine brandneue Version der Blair Witch-Geschichte werden und soll die einzigartigen Möglichkeiten von VR ausnutzen. Ich bin gespannt und wir schauen uns auch gleich nochmal einen Trailer dazu an und ja, wir sollen wirklich mit den Händen alles greifen können, stapeln können und auf Papier und andere Oberflächen zeichnen, so wie es auch schon in Half-Life LX möglich war, Äste zerbrechen. Genau das, was wir in VR ja wollen. Wenn ich irgendwas sehe in VR, es ist ein Tisch und da liegen Sachen drauf, ich möchte die als erstes einfach mal nehmen und gucken, was kann ich damit machen. Das ist eigentlich VR und ich kann natürlich auch ein paar Indie-Entwickler verstehen, die da sagen, ja, wir können nicht alles umsetzen, Optimierung und so weiter, jeder Gegenstand, Fristressourcen und aber wenn ich ein geiles VR-Triple-A-Game habe vor mir oder in VR erleben kann, dann möchte ich schon alles greifen können und ja, cool, dass es in Blair Witch dann wirklich auch möglich ist und ja, hier steht es auch nochmal, zwei Tage vor Halloween erscheint das dann und ja, für die Quest und Quest 2, wie ihr schon erwähnt und kleiner Wermutstropfen, paar Monate später wird es für die anderen Brillen auch erscheinen und ja, bin ich mal gespannt, was das heißt in kommenden Monaten. Ist es dann zwei Monate, drei Monate oder noch länger? Müssen wir einfach mal abwarten. Erstmal ist es ein Quest 2-Exklusiv-Titel oder ein Quest-Titel und ja, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal den Gameplay-Trailer an und los geht's! und los geht's! ...even if they claim not to believe it. Yeah, good dog. Aren't you a handsome boy? Hey buddy, what's wrong? Bullhead, where are you? Okay, ja. Das war ja auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich cool. Und an dem Trailer sieht man natürlich auch einmal, dass es natürlich für VR komplett umgearbeitet wurde. Der nimmt alles in die Hand. Und auch als diese Kassette auf jeden Fall und als er auch diese Bahn da aktivieren musste hier mit dem Hebel und so weiter, ja, für VR designt. Man sieht aber auch die Quest-Grafik. Also besonders am Hund und an den anderen Texturen sieht man es natürlich. Ich bin gespannt, ob das Quest-2-Material jetzt war oder Quest 1. Ich denke mal nicht, dass sie das Schlechtere gezeigt haben. Muss man jetzt mal abwarten. Und dann bin ich natürlich gespannt, wenn es dann in mehreren Monaten oder in einigen Monaten für PC VR rauskommt, wie dann die Grafik aussieht. Also das sah man ganz deutlich. Aber cool, dass man wirklich überall, ja, man konnte zeichnen, alles aufnehmen, in die Hand nehmen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig creepy, ne? Jetzt hier sehen wir nochmal den Hund. Jetzt können wir uns den nochmal ein bisschen von vorne anschauen. Ja, ich sag mal, man hat schon Schlechteres gesehen, aber man sieht, dass es so ein bisschen verwaschen wirkt, ne? Besonders hier an der Schnauze. Das sieht wie eins aus und nicht, dass die Nase irgendwie selber ein eigenständiges Organ wäre, sag ich mal. Aber gut, wir müssen natürlich Abstriche machen, dass es nicht so aussieht wie in Flat. Ist auch klar. Ich bin gespannt. Sieht ziemlich creepy aus und in VR wird das eine heftige Hausnummer, glaube ich. Selbst in Flat haben sich da Leute richtig, richtig übelst erschrocken. Ich bin gespannt. Ja, Leute. Das war's dann erstmal. Hier ist noch meine Kaffeetasse. Da ist noch was drin. Das war's erstmal mit der VR-News-Sendung Nummer 7. Und ja, falls ihr da draußen Gameplay, äh, Gameplay, Gameentwickler seid und ihr möchtet gerne, dass ich eure Spiele teste, vorstelle in meiner News-Sendung, schreibt mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanal-Info. Und ansonsten bin ich auf Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Dort steht alles unten in der Beschreibung, den ganzen Links. Und ja, schreibt mich einfach an. Ich stelle dann gerne euer Spiel vor oder eure Hardware, je nachdem, was ihr da habt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch Zuschauern. Ja, erstmal für die Likes, fürs Zuschauen. Und ja, mich würde natürlich auch interessieren, zu welchem Thema ihr irgendwas zu sagen habt. Gern in die Kommentare, da können wir auch gerne nochmal drüber diskutieren, über irgendwelche Themen. Ähm, was sagt ihr jetzt zu Blair Witch? Werdet ihr euch das holen? Ähm, holt ihr euch die Quest 2? Das sind alles so Fragen, die ich an euch habe. Und ja, würdet ihr euch trauen, Blair Witch zu zocken? Ich bin mir momentan nicht sicher. Ich bin mit Phasmophobia schon am Limit, sage ich mal. Und ich muss mir das dann nochmal überlegen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.